Hallo, ich bin Danilo. Ich bin in der Lehre als Dachdecker im zweiten Lehrjahr bei der Firma Bernerhof und zeige euch heute so ein bisschen meinen Alltag. Als Dachdecker übernimmt man viele Tätigkeiten auf dem Dach, wie das Verbauen von Dachfenstern oder Fensterfassungen. Man verarbeitet auch sehr viele Folien und Unterdachbahnen. Auch die Dachbedeckung ist vielseitig, wie zum Beispiel mit Ziegeln oder Zementfaserplatten wird das Dach gedeckt und sorgt am Ende dafür, dass die Konstruktion sauber und trocken bleibt. Toll ist die Arbeit an der frischen Luft und die körperliche Betätigung als Dachdecker. Außerdem hat man überall Schnittpunkte zu anderen Berufsarten, wodurch man neue Leute kennenlernt und Freundschaften schließt. Das ist auch toll an der Bernerhof AG, da man mit den verschiedenen Abteilungen Hand in Hand arbeitet und eine tolle Atmosphäre entsteht. So, jetzt hast du meinen Alltag gesehen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Also, ich bin Danu, ich bin Polier bei Bernerhof. Ich habe die dreijährige Dachdeckerlehre gemacht. Du hast nachher verschiedene Möglichkeiten für Aufstieg als Gruppenleiter, Projektleiter, Polier und Meisterprüfung. Mein Name ist Michael Frey. Ich bin Geschäftsführer und Bereichsleiter Flachdache Firma Bernerhof. Und in dieser Funktion ist es mir natürlich wichtig, mit gut ausgebildetem Fachpersonal zusammenzuarbeiten. Wir brauchen Abdichter, Dachdecker und Spengler. Das modulare Weiterbildungssystem ist einzigartig in der Schweiz und kann nach deinen Bedürfnissen angepasst werden. Du bestimmst, welche Kompetenzen du aneignen willst und in welchem Tempo das vorgehen willst. Und somit kannst du deine Karriere in der Gebäudehüllenbranche starten.